Hallo und herzlich willkommen bei SwagTab. Es ist schon eine Zeit lang her, dass ich das letzte Mal ein Smartphone von Vico getestet habe. Das fand ich etwas schade und genau das wollen wir heute ändern. Vico steht aber nach wie vor für vergleichsweise günstige Smartphones, die aber zumindest auf dem Papier trotzdem einiges zu bieten haben. Und das Vico Rich Fab 4G, was ein Name, das reiht sich meiner Meinung nach genau hier ein. Für momentan etwa 250 Euro bekommt man hier nämlich zumindest, was das Datenblatt anbelangt, einiges gebotener. Was sich so alles im Lieferumfang befindet und wie das Ding so aussieht, das wollen wir uns jetzt aber erstmal im Unboxing anschauen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Los geht's! Das, was wir hier sehen, ist also die Verpackung vom Vico Rich Fab 4G. Ziemlich langer Name. Ich werde ab jetzt einfach immer Vico Rich sagen. Ich habe schon überlegt, ob ich zu dem Ding einfach nur ein Review mache und das Unboxing quasi auslasse. Aber da habe ich mich dann doch dagegen entschieden, einfach weil ich finde, dass die Verpackung hier ziemlich, ziemlich gelungen ist. Wieso das Ganze? Ihr seht, wir haben hier dieses schöne typische Vico Grün, eine rechteckige Verpackung. Aber ja, sie sieht überhaupt nicht billig aus meiner Meinung nach. Sehr, sehr schön designt und ja, unterscheidet sich einfach irgendwo von dem anderen Einheitsbrei. Und ja, wenn man das schon mal sieht, dann sollte man dazu auch ein Unboxing machen. Hier also nochmal der Name. Ein kleines Bild vom eigentlichen Smartphone. Und an der Seite stehen dann die wichtigsten technischen Daten. Die werde ich euch aber jetzt gar nicht durchgeben, denn die gehen wir im Laufe des Videos eh noch durch. Allerdings der kleine Hinweis, dieses Vico Smartphone kommt mit einem Qualcomm Prozessor. Das war ja früher nicht immer so, da kamen die eigentlich immer mit Mediatek Prozessoren. Das war auch nicht immer ganz gut für die Performance, weil einige Mediatek Prozessoren da eben Performance Probleme hatten. Jetzt haben wir hier einen Qualcomm Snapdragon 410. Da bin ich sehr, sehr optimistisch und ehrlich gesagt auch etwas glücklich, dass Vico jetzt auch bei den günstigeren Dingen eben auf Qualcomm sitzt. Hier nochmal eben die technischen Daten und dann auf der Rückseite wird es auch nochmal ganz interessant. Da sehen wir die vielen verschiedenen Farben. Es gibt das Vico Ridge Fab, nämlich nicht nur in schwarz-grau, sondern auch hier so in einem Black Bean nennt sich das Ganze. Arctic Gold und Black Clementine oder wie auch immer. Auf jeden Fall, ihr seht hier die Farben. Ich konnte mir auf dem MWC, also auf dem Mobile World Congress, schon das normale Vico Ridge, also die kleinere Version, genauer anschauen. Und die Farben sehen, die sehen meiner Meinung nach echt cool aus. Ja, finde ich sehr, sehr nice. Da macht man irgendwo leicht, meiner Meinung nach, finde ich, die Lumias nach, wo wir auch bei den günstigen Smartphones schon viele verschiedene Farben haben. Aber finde ich überhaupt nicht schlimm. In diesem Zusammenhang absolut super. Ich finde die Farben auch echt gelungen. Bin schon mal gespannt, was ich hier bekommen habe. Hier haben wir dann noch ein Siegel, wo dann eben dabei steht, Do not accept if seal is broken oder irgendwas in die Richtung. Das machen wir jetzt auf und dann öffnen wir mal die Verpackung vom Vico Ridge Fab. Hier seht ihr es auch nochmal, Vico Game Changer. Damit hat man ja auf dem MWC auch groß geworden. Vico war ja einer der Hauptsponsoren. Vico französischer Hersteller, allerdings mit chinesischen Wurzeln, sage ich jetzt einfach mal. Also man hat diesen Namen im Prinzip einfach nur lizenziert. Gefertigt wird das Ganze natürlich in China und auch die Geldgeber und so weiter. Das kommt alles aus China. Aber man wirbt ja immer damit, dass man ein französischer Hersteller ist und hat auch auf dem französischen Markt ziemlich große Marktanteile. Also so habe ich das zumindest im Hinterkopf. Nagelt mich darauf jetzt nicht fest. Vielleicht ist ja Vico tatsächlich ein komplett französischer Hersteller, aber so habe ich das eben erfahren. Wir haben hier gesehen, das Smartphone, das schauen wir uns gleich noch genauer an. Jetzt schauen wir mal, was sich so alles im Lieferumfang befindet. Ich bin ziemlich gespannt. Damals bei dem Vico, ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß. Also ich habe vor über einem Jahr schon mal ein Vico getestet. Da wurde ziemlich viel mitgeliefert. Wir haben hier zum einen schon mal den Akku. Der sieht ziemlich groß aus und ist vor allem auch austauschbar. Wir haben 2820 mAh. Dann haben wir hier natürlich Quickstart Guide, Vico Rich Fab. Das ist ziemlich dick, also vermutlich in vielen verschiedenen Farben. Game Changer natürlich ganz klar. Den Begriff kennen wir auch von einem anderen Hersteller, nämlich OnePlus. Kann man sich jetzt streiten, wer das Ganze eher verdient hat oder wer das als erstes hatte. Aber ja, ist auf jeden Fall eine ganz nette Bezeichnung. Hier das Netzteil mit einem Ampere Output in schwarz gehalten. Ja, das legen wir einfach mal wieder rein und schauen, was da sonst noch alles mitgeliefert wird. Hier haben wir dann nochmal so eine Kartusche. Allzu viel scheint das allerdings nicht mehr zu sein. Ich mache das Ganze hier mal auf. Na? Und wir schauen, was noch alles dabei ist. Also ist doch noch einiges mit dabei. Wir haben hier einmal unser Headset. In schwarz sind in ihr Kopfhörer mit seinem Flachbandkabel, dass das Ganze eben nicht einfach durcheinander gerät. Dann auch nochmal das Micro USB auf USB-Kabel. Das war damals auch schon ein Flachbandkabel. Ist auch hier wieder so. Finde ich sehr, sehr lobenswert, dass man das schon bei so einem günstigeren Smartphone mitliefert. Und dann haben wir hier noch Aufsätze für die Kopfhörer und wir haben einen SIM-Kartenadapter. Ich schaue mir den jetzt mal genauer an. Denn soweit ich weiß, kommt hier eine Micro SIM rein. Und genau, wir haben hier eben verschiedenste Adapter von... Ach, anscheinend kommt dann doch eine normale SIM rein. Eben weil wir hier einmal von, wenn ich das richtig sehe, von Nano SIM auf Mini SIM und einmal von Micro SIM auf Mini SIM haben. Muss ich mir genauer anschauen. Aber auf jeden Fall ist es sehr, sehr lobenswert, dass Vico diese Adapter hier mitliefert. Denn ihr kennt das Spiel sicher. Oft muss man die sich danach nachkaufen. Kostet auch nochmal 5 Euro. Also ist auf jeden Fall ganz nett. Das war es vom Lieferumfang. Doch mehr als normalerweise eben vor allem wegen diesen Adaptern hier. Finde ich ziemlich nett. Schauen wir uns das Smartphone noch genauer an. Das ist also das Vico Rich Fab 4G. Jetzt habe ich das 4G noch doch nochmal dazugegesagt. Ich habe es schon aus diesem Beutel rausgeholt, wie auch immer. Hier haben wir allerdings noch eine Display-Schutzfolie. Ich hoffe, ihr konntet was hören. Die wurde jetzt auch abgenommen. War aber keine richtige Display-Schutzfolie, sondern eben nur so eine dünne, die man eben abnehmen sollte beim Unboxing. Was gibt es zu den Abmessungen zu sagen? Wir haben hier 156 x 78 mm. Das ist ganz schön viel. Vor allem mal verglichen mit einem iPhone 6 Plus beispielsweise. Dann seht ihr, dass die Display-Ränder hier doch schon ziemlich dick sind. Klar, das iPhone ist jetzt auch nicht deutlich größer oder kleiner. Aber wir haben hier eben 5,5 Zoll beim Vico Rich Fab und dazu noch Onscreen-Tasten. Da hätte man das Ding schon etwas kompakter machen können, meiner Meinung nach. Es ist dann etwa 8,6 mm dünn und wiegt 154 g mit eingelegtem Akku. Ich muss sagen, es liegt aber noch ganz gut in der Hand, so vom Ersteindruck her. Nur eben, es ist ein ziemlich großes Smartphone, aber die bin ich mittlerweile ja gewöhnt. Ich hatte ja letztens das Lumia 640 XL da. Da ist das Vico Rich Fab schon nochmal eine kleine Ecke handlicher, würde ich sagen. Wir haben auf der Vorderseite, wie gesagt, ein 5,5 Zoll großes IPS-Display. Das löst mit 1280 x 720 bei etwa 296 ppi auf. Das ist jetzt nicht besonders viel. Ich finde, bei 5,5 Zoll macht auch Full-HD schon Sinn. Aber wie gesagt, bei 250 Euro kann man das noch nicht unbedingt erwarten. Und 296 ppi, das geht schon noch in Ordnung. Zum Schutz Corning Gorilla Glass 3. Ansonsten eine 5 Megapixel Frontkamera. Hier die Hörmuschel, das Vico-Logo. Und wie gesagt, keinerlei physische oder touchsensitive Tasten, sondern Onscreen-Tasten. Schauen wir uns das Smartphone von der Seite etwas genauer an. Ich habe ja schon erwähnt, es gibt viele verschiedene Farben. Und ich habe hier eben das Modell in diesem schwarz-orange bekommen. Black Clementine oder wie es eben hier auf der Rückseite stand. Sieht meiner Meinung nach echt cool aus. Also mit diesem orangenen Akzent hier an der Seite mag ich sehr gern. Und der Rahmen scheint hier auch aus Metall zu bestehen. So fühlt es sich zumindest an. Ich weiß nicht, ob das nur irgendwie hier überfärbt wurde quasi oder überzogen wurde mit einer leichten Metallschicht. Aber es fühlt sich zumindest massiv an. Also das ist schon mal ganz nett. Auf der linken Seite nichts. Auf der Unterseite der Micro-USB-Anschluss. Rechts dann die Tasten für Power und die lauter Leiserwippe. Die sind auch aus Metall und scheinen ganz gut verarbeitet zu sein. Ich weiß noch damals, als ich erstmals ein Vico-Smartphone getestet habe, da habe ich noch kritisiert, dass die Tasten keinen so guten Druckpunkt hatten. Das scheint hier aber deutlich besser zu sein. Und auf der Oberseite haben wir dann noch den 3,5 mm Klinkenanschluss. Und damit sind wir jetzt auch schon bei der Rückseite angelangt. Und man könnte sagen, dass das so ein Highlight ist von diesem Smartphone. Der ein oder andere sieht es vielleicht schon. Wir haben hier nämlich ein ähnliches Material wie beim OnePlus One. Also so eine Art Sandstein-Rückseite. Ist auch noch ziemlich rau. Wer ein OnePlus One hat oder hatte, der weiß, dass es mit der Zeit dann deutlich weicher wird. Aber das scheint exakt wirklich die gleiche Textur zu sein. Ich bin jetzt kein so großer Fan davon, weil mir das anfangs etwas zu rau ist. Aber ich weiß, sehr, sehr viele mögen das. Und es fühlt sich auf jeden Fall überhaupt nicht billig an. Finde ich cool, dass auch Vico jetzt eben hier darauf setzt. Hat man, wie gesagt, auch schon beim Vico Rich gemacht. Das habe ich mir ja auf dem MWC angeschaut. Hier das Vico-Logo, 13 Megapixel Hauptkamera, die Foto-LED und der Lautsprecher. Und das Coole ist, man kann hier die Rückseite abnehmen. Ich schaue nur eben mal. Ja, hier haben wir so eine kleine Einkerbung. Da sollte das Ganze gehen. Einfach einmal schnell hier hineinfassen. Dann kann man die Akkuabdeckung auch schon abnehmen. Und dann sehen wir hier das Innenleben. Das Coole ist, wir haben hier zwei SIM-Karten-Slots. Wobei das hier so aussieht. Hier steht ja sogar Mikro-SIM-Karte. Also man kann hier zwei Mikro-SIM-Karten einlegen. Es ist dual-SIM-fähig. Ist dann natürlich mit den Adaptern auf die Mini-SIM gar nicht mal mehr so intelligent. Aber ja, cool, dass sie trotzdem mitgeliefert werden. Hier kommen, wie gesagt, zwei Mikro-SIM-Karten rein. Ein MicroSD-Slot ist auch mit dabei. Ihr habt 16 GB an internem Speicher und der kann eben erweitert werden um bis zu 64 GB. Jetzt legen wir den Akku ein. Dann wird das Ganze schon endlich mal hier deutlich schwerer. Und wir knipsen das alles hier wieder zu. Verarbeitung scheint, wie gesagt, sehr gut zu sein. Auch hier oben. Na? Muss ich das Ganze fast nochmal machen. Jetzt hat auch das geklickt. Und dann sitzt das Ganze doch ganz fest. Wir schalten es mal ein und schauen uns an, ob schon was angezeigt wird. Dem ist so. Ihr seht hier Vico Game Changer nochmal. Und währenddessen gebe ich euch die restlichen Daten durch. Wir haben hier Android 4.4.4 leider noch. Allerdings mit Vicos eigener Benutzeroberfläche. Die will ich mir mal genauer anschauen. Damals hatten die noch komplett Stock Android. Als SOC, ich habe es schon gesagt, den Qualcomm Snapdragon 410 Quad-Core mit 1,2 GHz-Kern. Das Coole ist, der hat auch eine 64-Bit-Architektur. Also das ist auf jeden Fall ziemlich nett. Und auch ein Vorteil zu dem Qualcomm Snapdragon 400, der ja in den meisten anderen günstigeren Smartphones verbaut ist, sage ich jetzt einfach mal. 2 GB Arbeitsspeicher, LTE, also Long-Term Evolution zur mobilen Datenübertragung, sagt der Name ja schon. Und das war es eigentlich so von den Daten. Und das war es auch schon vom Unboxing des Vico Rich Fab 4G. Ich werde das Ding testen. Ich habe es ja vorher schon gesagt, ein Review ist auf jeden Fall geplant. Wenn ihr noch irgendwas anderes sehen wollt zu diesem Smartphone, ab damit in die Kommentare. Könnt auch gerne mal schreiben, wie ihr denn das so findet. Also die Vico Smartphones, ob ich die öfter mal testen sollte. Ich habe auf jeden Fall sehr, sehr viele Anfragen wegen diesem Smartphone bekommen. Deshalb seht ihr das jetzt auch. Ich bin gespannt auf euer Feedback. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann nächstes Mal wieder.